Wie bin ich eigentlich von Ich bin Jungler mit Absoul zu Ich bin Tank mit Totog zu Ich bin Support mit Krügelhoff gekommen Luf war früher der Stärkste, ne? Ja, ich weiß Die haben es totgenervt, deswegen So tot finde ich die gar nicht Das war früher Schlaraffen also was Schlaraffen jetzt ist Ah, Schlaraffen ist eine Version Kein Spaß Ich hab ein bisschen noch Rank gespielt auf Hauptkonto, ne? Du siehst nur noch Schlaraffen im Weg, Martin Ja, der ist zu stark Der wird aber im Weg gemerkt Ja, die haben sich zu stark gemacht Vielleicht ein neues, damit ihr sich das dann coolt Das will ich nicht verstehe, weil Felineara haben die direkt Hotfix gemacht Der war noch nicht mal so stark wie die Schlaraffe Der war noch nicht schlug Die haben sich zu stark gemacht und die haben sich nicht zu stark gemacht und die haben sich zu starkes Dein kürzester Aimer. Korakon. Du hast von hinten angeauft. Perfekt. 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 Nicht mir. Kann ich mal den Luft? Ich kann singen. Wenn du es richtig auswählst, ja. Ich hab es richtig ausgewählt. Haben wir es? Aaaaaaah. Scheiße. Komm zurück. Wir machen ja die Wienchen. Aber wenn ich jetzt in uns reinlaufen. Ich muss auch noch. Müssen wir mal kill lassen. Sehr schön. Sehr gut. Ich bin fast tot, ey. Alles gut. Ich hatte nur noch 0 HP. Du wirst nicht von der Luft. Ja. Ich muss ja Level 6 werden noch. Oh, scheiße. Das war dumm. zuck 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 wir bräuchten gleich mal hilfe zum durchgehen nur noch mal ein werkdass ja schon vier euro auf geht's genau ja sehr gut ich spiel jetzt aber runter 30 punkt ist ja ich mach durch ich weiß ja auch wenn einer kommt ich höre dich manchmal aber ja ich gehe auch ja perfekt ich habe die haben das dort oben geklaut Da nehmt alle beide, da nehmt alle beide, da kriegen wir hin, ich bin ja da, ah super, der Rollturm ist stärker als der Gegner. Wofür? Warum hast du das Gras geschlagen? Ich dachte, da ist jemand drin, mal ein Koper. Hast du das gegen Gras? Das antwortet meine Frage nicht. Soll ich das gegen Gras haben? Du hast das gerade geschlagen. Ich hab gedacht, da steht jemand drin, Cora. Ich war einfach paranoid, tut mir leid. Sind wir schon in dem Alter? Ich hab gesagt, da ist jemand drin. Das ist bei ihm einfach ein weiterer Einsatz. Ich hab auch den Explosion für mich. Sieht nicht da sein. Sieht nicht da sein, Sieht nicht da sein. Sieht nicht da sein. Bstand das Brot. Bine bowelt. wirklich ihr schlafen als luka du was denn wirklich ihr schlafen als luka ah scheiße score schnitt hat nicht ganz geholfen ja ja ich bin so ich eskorte habe dich sofort korriga auf den punkt ja Ja, so. Peppa ist aus. Peppa ist aus. Ja. Auch gut. Ja, mach dir das jetzt gleich an, aber der Packer braucht noch 4 Minuten, ja. Boah, dieser Mixer. Papa, guck mal. Scheiße, wird otomisch drauf geachtet? Ja, ne, wir haben rotom Packer und die haben hier irgendwas geklaut. Ja. Alles gut. Echt ein schlechter Jungle. Ich hab das nicht gesehen. Scheiße, wird tot. Mann, wir brauchen einen Moment. Scheiße, ich holte. Egal. Jetzt kommst du noch. Jetzt ist noch Zeit genug. Wird das fegeln? Ab Minute 3 nicht mehr. Ja, so 3-0. Korrele wie ruhig. Der inwitt. Seilig. Ja, schade, geh. Ja, und Schall ist absolut. Guck mal. Ganz einfach. Ich kann doch gerne noch abgeben für dich. Ja, dann komm ich direkt mit der Tür. You're on fire! Nicht weg. Guck, 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 guck. Ich bin tot endlich. Und go. Ja, Luka. Nee, Oma und Opa schlafen. Oh. Scheiße. Ja, die Oma Ela schläft. Ja, die Oma Ela schläft. Ja. Und der Opa auch. Ja. Seid ihr, das sind keine schöne Geschenke, die du heute gebracht hast. Ich muss roten. Ich muss roten. Sonst bin ich da. Ja, das ist scheiße. Ja. The final stretch. You're on fire! Hat er das helfen? Kannst du punkten die das nicht? Ja, ja, ja. so wenn er den, weniger, weniger. JeCHris Heavens hat lodstviamente. Nope. So... Jetzt kommt doch mal. ici So... Du kannst mich mal knack rack Du kannst mich mal knack rack Du kannst mich mal knack rack Was ein Goal Was ein Goal Scheiße, 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 Scheiße Was ein Goal Was ein Goal Ah, da steht ein Toddruck Rekord Ich habe das nicht gesehen in den ganzen Wadremis Und zurück Und zurück Mir gehts gut Sehr gut Ich bin tot Und ich komme auch nicht mehr rein Luca, komm Aber mach die Treppe wozu an Komm jetzt hier schlafen Willst du hier schlafen Ja 5 4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4